Yo, liebe Leute, mein Name ist Yvonne, herzlich willkommen zurück zu Part Nr. 23 VGC Battleworld. Part, ja, da wir die letzten beiden Games verloren haben, müssen wir eigentlich mal wieder einen Sieg anfangen, oder? Ja, wir müssen mal wieder einen Sieg anfangen und es war einfach wirklich, 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 wirklich schlecht protected. Und ich hoffe, es wird jetzt besser. Wir stehen jetzt echt, eigentlich standen wir sehr gut da, aber mit den zwei Niederlagen stehen wir jetzt wieder echt, echt scheiße, echt scheiße. Und ich muss, glaube ich, aufhören, mal so abends mal alleine zu lernen, ohne aufzunehmen, weil das gleicht echt die Wertung ein bisschen raus. Aber, aber wir kommen damit auch ab und zu mal ein bisschen höher, ne? Das ist ja die Sache. Wir suchen uns jetzt erstmal einen neuen Gegner. Wollen wir mal überlegen. Ein Italiener wird es. Wird es ein Italiener? Oder ein Spanier? Wäre auch cool. Von der Wiese. So da, so die, die, die Ecke wäre, wäre nice, wäre nice. Aber kriegen wir das, was wir uns wünschen oder nicht? Kriegen wir das jetzt? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Das ist die Frage. Das braucht ganz schön lange. Warum suchen wir so lange? Komm schon. Beile dich bitte. Beile dich bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Japaner. Mal wieder wie immer ein Japaner. Oh Mann. Warum immer ein Japaner? Gut, wir sehen hier Elfhuhn, Glurak, Gardevoir, Lasho King. Okay, 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 Lasho King. Dann ist es eben ein Lasho King, bitte. Schlapper und Nachtara. Okay, zwei Megas, auf jeden Fall ein Elfhuhn, was mir Probleme bereiten wird. Und auch Schlapper, wenn wir Probleme bereiten. Ist nicht gerade mein stärkster Freund und mein Lieblingsfriend, aber es ist ein Schlapper. Wir liegen hier mit Lando und mit Bisaflores im Grunde. Elfhuhn tankt keinen, beziehungsweise wir können mit einer Kehrtwende raus bei Elfhuhn. Bisaflore ist auf jeden Fall safe gegen Gardevoir, Lasho King und Lopunny kann uns so viel nicht machen, wenn es kein Icy part. Und da wir den Bedroherr gleich in der ersten Runde rausbilden, stehen wir da eigentlich ganz gut da. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir noch unser Heatwear mitnehmen, weil wenn der Heatwurf kommt oder ein Flammenschwurm, können wir mit Heatwurf gut gegen was machen. Und das einziges Problem wäre halt nur dieses Lasho King, was Heatwurf und was ihm so ein bisschen gefährlich wird. Und ich würde sagen, wir nehmen auch nochmal unser Aero Kicks mit, weil dieses Lopunny an sich hier sehr starke Probleme uns bereiten wird, wenn es dabei ist. Weil wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir es unten halten im Angriff. Und ich gehe mal davon aus, er würde hier mit, vielleicht mit Elfhuhn und mit Lopunny leiden. Auf jeden Fall wäre es ein sehr, sehr guter Lead für ihn. Und jetzt die Frage, hat er den Icy drauf? Ich gehe da mal davon aus, ja. Oder würde er hier mit Glorak leiden? Auf jeden Fall wäre es beides ein gutes Lied. Und er leidet hier mit Nice. Ein ganz anderes Lied, als den ich erwartet habe. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Dann können wir jetzt, ähm, können wir dieses nach Tara gleich im ersten Turn rausnehmen. Ne, wir gehen hier für eine Kehrtwende. Gehen auf das Lasho King. Gehen wir in die Mega-Entwicklung und, ähm, gehen dann, ähm, ein Zeishok würde uns auf jeden Fall nicht umringen. Das ist ein Lasho King. Gehen für die Edelsamme auf Lasho King. Damit wir auch guten Damage drauf haben. Vielleicht würde er coole Augen drauf haben auf Nachtara. Das ist ja eine Prior-Attack und senkt den Angriff direkt um eine Stufe. Gehe ich aber mal nicht von aus. Lasho King würde vielleicht einen Eistrau auf Lendo, äh, direkt machen. Und, äh, Nachtara spielt wahrscheinlich auch ein Toxin drauf, um das mal was für reinbringen, um das zu toxinieren. Das könnte alles möglich sein. Wir gehen erstmal in unsere Mega-Entwicklung, wie gesagt. Bringen dann die Edelsamme auf, auf, äh, Lasho King raus. Und wollen dann auch, ähm, Min-Erkennen, wenn die direkt wieder raus. Er macht keinen Portech. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Damage zumindest drauf. Wow, das reicht für ein To-It. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hab gedacht, das ist bulkiger. Oh, shit, das ist ein Schwächenschutz. Das wird jetzt auf jeden Fall ausreichen. Oh, shit. Das wird auf jeden Fall ausreichen, wenn er jetzt mit einem Zeishok draufgegangen ist. Auf jeden Fall. Und, ähm, wir gehen jetzt in unser Ero-Kex, weil ich den Mowgli brauche. Ich brauch den Mowgli. Wenn, wenn das jetzt wirklich auf, auf unser, ähm, Visa-Floor gegangen ist, dann haben wir wirklich starke Probleme, weil ich glaub nicht, dass wir das tanken. Okay, okay, und was, was macht er jetzt? Er geht in den Fluchzett. Oh, shit. Okay, ist nicht, ist nicht so schlimm. Und was macht er hier? Geht er auf den Core-Mind? Hm. Er geht auf den Gedankengut. Oh, nice. Nice. Damit können wir in der nächsten Runde dieses hästliche Mon rausnehmen. Dieses Lasho-King. Weil es mit Schwächenschutz sowieso schon sich geboostet hat. Und wir sind eh schneller. Und ich möchte nicht, dass sich dieses Nachthara noch einmal boostet. Das möchten wir nicht. Deswegen gehen wir hier jetzt auf, ähm, na, ich doch, also, na, wir gehen auf den Gearsauger. Das ist die safe-ste Variante. Und gehen auf den Mogel-Heb auf nach Tara. Und wir müssten auch nach Tara außen können. Wenn wir den Abschlag drauf machen. Okay, Mogel-Heb trifft, ist gut. Und wir sind schneller als das Lasho-King. Und es ist Plus, es ist Step, es müsste ausreichen. Na, nice, es reicht aus. Wären wir jetzt wahrscheinlich für die Sludge-Promo, ich glaube, das hätte nicht ausgerechnet. Deswegen mussten wir hier auf den, äh, links gehen. Und wir gehen jetzt einfach mal auf unseren Ableutsch. auf Nachthara. Oder was kommt jetzt rein? Was kommt jetzt rein? Glorak? Ja, Glorak kommt rein. Und, ähm, da werden wir jetzt gleich den, ähm, Wir gehen auf unsere Heat-Wave. Ich hoffe, dass er die Heat-Wave gemacht hat. Bitte lass es kein X sein. Bitte nicht. Das wäre schon bitter. Das wäre jetzt richtig bitter. Und, äh, Nice. Nice. Nitzekoller. Nice. So, da kommt auf jeden Fall schon mal unser Ableutip, der wirklich guten Damage macht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und der Gegenstoß kommt. Äh, der dürfte natürlich nicht so viel machen, da es nicht effektiv ist. Und wir stehen jetzt, muss ich sagen, wirklich gut da. Bloß wir dürfen das Game jetzt nicht so ganz aus der Hand geben. Deswegen gehen wir weiter für ein Ding. Ableutip und spielen. Ich würde sagen, die Heat-Wave ist, ist safe. Wirklich ist safe für uns, wenn wir die Heat-Wave spielen. Und wir liegen damit auch eigentlich nicht so verkehrt, wenn wir die Heat-Wave rauslegen. Rausschmeißen. Ähm, Nachtara hat sich mit Fluch geboostet. Das heißt wahrscheinlich, es ist speziell Gloraketchen vom Protech. Kann das machen. Ist okay. Äh, wir bringen unsere Hitzewelle raus. Bitte trifft. Ja, es trifft. Nice. Damit treffen wir das Nachtara. Und es müsste jetzt in der Wendung sein, dass dieser Ableutip ausreicht. Und reicht er aus? Reicht er aus, Leute? Er reicht aus. Damit geht auch das Nachtara. Wow. Ich glaube, das wird hier 4-0. Wenn das so gut aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hm. Und jetzt, was macht er jetzt? Okay, er geht in Low-Punny. Und, ähm, wir werden jetzt rauswischen. Gehen auf, äh, Dementia Ross. Gehen hier wieder für eine Hitzewelle. Weil wir es können. Und weil, wie gesagt, unsere Feuertagen ja auch verstärkt worden sind. Und wir stehen damit einfach ganz super an. Fußkick wird nicht ausreichen. Never. Never. Besonders nicht mit Bedroher. Und es wird nicht ausreichen. Never. Nie im Leben wird das ausreichen. Auf dem Heatwim. Und er geht hier in die Megaentwicklung. Okay. Nice. War zu erwarten. Und was macht Low-Punny jetzt? Er geht für den Moguli. Wie süß. Und er geht auf Heatwim. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Und es geht für den Hitzekoller. Danke. Schön auf Lendo drauf. Das ist nicht problematisch. Das. Boah. Shit macht das viel Damage. Holy shit. Holy shit. So. Und jetzt ist die Sache. Wir müssten. Wir müssten eigentlich schneller sein. Und wir gehen jetzt auch für die Hitzewelle. Und ich hoffe mal, dass wir wirklich schneller sind. Sonst kriegen wir wirklich noch ein Problem. Auf jeden Fall können wir dann das Lurik mit Steinhagel rausnehmen. Und, ähm. Ich gehe mal davon nicht aus, dass er hier einen Protekt machen wird. Oder doch. Er macht hier den Protekt. Ähm. Vielleicht kriegen wir den Flinch. Vielleicht kriegen wir den Flinch. Ich spiele ja nicht gerne drauf. Aber vielleicht kriegen wir den Flinch. Dann bleibt Lendo auch noch am Leben. Und, äh. Wir kriegen den Flinch. Oh shit. Das ist. Tut mir so leid gerade. Damit können wir das auf jeden Fall rausnehmen. Auf jeden Fall. Damit kann Lendo hier beide Mons rausnehmen. Und ein GG rausholen. Das war gut gespielt. Gut gespielt. Und, äh. Wer währt die Attacke ab? Oh shit. Wer währt die Attacke ab? Lowpunny? Nein. Glurak währt die Attacke ab. Okay. Okay. Okay, Glurak. Es ist okay. So, da kommt der Hitze-Koller auf Lendo. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Und, ähm. Ja. Gut. Unsere Hitze-Welle trifft auf jeden Fall. Und das ist jetzt bei Minus. Minus 4 ist dieses Gluck. Das kann uns hier nichts mehr machen. Und wir haben auch noch unser Visa-Flow mit. Unser Ero-Kex ist auch noch dabei, dass jetzt ein Mogel-Heb raushauen wird. Also von daher ist es auf jeden Fall gelaufen, das Game für den Japaner wieder. Wir gehen jetzt für einen Abschlag. Der macht guten Damage. Und gehen hier für die Hitze-Welle. Weil er uns eh nichts machen kann. Er kann hier ruhig führen. Hitze-Koller gehen. Damit boostet er uns nur. Dankeschön. Und damit reicht es auf jeden Fall aus. Auch ohne den Boost. Und ein GG. Auf jeden Fall sehr schöner Kampf. Aber warum diese Mons? Einige gehören da nicht in dieses Meta-Game rein. 3-0 rausgeholt, Leute. Jedenfalls sehr gut gespielt. Und ich würde sagen, damit beenden wir diesen Part wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin würde ich sagen, ciao, Leute, über den Kommentar. Also würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, euch gefallen diese Folge. Das ist jetzt schon der dritte. Und es muss mal gucken, dass ich vielleicht noch ein paar... Ja, ich glaube, ich mache noch ein paar mehr heute. Oder noch ein, zwei Kämpfe. Also nicht wundern, wenn ich denke, oh Gott, ich habe mal so ein graues T-Shirt dran. Die sind ein bisschen vorproduziert, weil ich ja nicht jeden Abend, manchmal nicht jeden Abend aufnehmen kann. Aber so meistens nehme ich am Abend so ein, zwei Kämpfe dann direkt auf. Also bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao. 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 Ciao.